Hallo, ich bin Petra Lüppmann von der Lingemann GbR aus Bunnen. 2013 haben wir einen neuen Kuhstall eingebaut, bewirtschaften 89 Hektar LF und haben 180 Milchkühe, die von drei Lily-Mail-Robotern gemolken werden und die weibliche Nachzucht. 2016 habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen. Zusammen mit meinem Vater Heinz Bernhard, einem Auszubildenden und mehreren Ausflusskräften bewirtschaften wir diesen Betrieb. Unsere guten Leistungen erzielen wir dadurch, dass wir jeden Tag unser Bestes geben, die Kühe aufmerksam beobachten und natürlich auch eine gute Futterberatung. Die regelmäßige Futterberatung durch PopPharmas sehen wir als echte Teamarbeit und mit dem Ergebnis sind wir sehr gut zufrieden. In den nächsten Jahren möchten wir hier gerne im Kuhstall die Fütterung automatisieren und bei weiterhin guter Tiergesundheit die Leistungen steigern. Wenn alles dann gut läuft, würden wir ganz gerne die Herde noch etwas erweitern. Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig. Wir arbeiten ressourcenschonend und versuchen bei den eingesetzten Futtermitteln die optimale Milchleistung zu erzielen. Der Vorteil von Agroscope ist für mich, dass ich damit die MLP-Daten sehr genau auswerten kann und dadurch den Betrieb schnell und effizient beraten kann. Die Lingemann-GBS Agroscope Champion geworden, weil wir hier einen sehr großen Fokus auf die Transitfütterung haben und dadurch haben wir sehr gesunde Kühe und Kälber mit einer Top-Leistung. Buchstaben schon ganz nach mit einem Preisbund und KrisheimBS atmung bis zum nächsten Mal mal vor kurz. Untertitel mit Abertrü황 ursprünglich Untertitelung des ZDF, 2020